Auran ProTrainPerfect Ja, hallo zu einem Art ja irgendwas, mal schauen Ja, es geht um ProTrainPerfect Nämlich in ProTrain Perfect kann man mit Trains rumfahren Das Spiel ProTrain Perfect ist schon ziemlich alt, nur ich hab's früher ja gerne gespielt das Spiel ProTrain Perfect Ja So, jetzt gibt's hier ein Edit Mode da kann man die Strecken und so bearbeiten ein Fahrermode da kann man fahren Betriebswerk da kann man sich die Züge anschauen geh ich nachher nochmal nein, geh ich jetzt mal drauf Ja Ähm Ja Boah wo und schauen niemand die verkommen und sofort wir mal ein misschien zu coura Awesome es lädt langsam will gern der war der wahrer grad zu dass der hat doch das schönste Horn oder das ist der Zug der ganz schnell fährt gut dann gehen wir mal zurück ins Hauptmenü machen mal Fahrer so dann überlegen wir uns ich hab kein add-on drauf nichts hier so ich könnte noch Dresden-Nürnberg drauf machen aber das ist schon so alt das soll ja nur so ein kleines ja so sein jetzt laden wir mal ein Spiel ja mit M kann man Kart H Horn S äh V Sand B Glocke P Pause und so weiter und so fort ja laden bitteschön laden laden ja ja hallo auf Lade ähm ja jetzt geht's los in the Hose so äh Tutorial Kurs 4 Einführung und glaube ich war Darmflok ja so eine Darmflok fahren und ähm da ist das so werden sie ja ja gut jetzt sind wir in der Darmflok drin bla 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 ja hab ich man kann ja Pause trinken wenn man so auf HD schaut und mal durchlesen ich hab jetzt keine Lust das ganze vorzulesen da ich soll die Bremse lösen und so weiter ähm Kamera ist ein bisschen blöd denn ich komme wenn ich zu weit nach links gehe auf den zweiten Desktop das ist schon ein bisschen blöd aber das geht leider nicht anders gut jetzt schauen wir uns erstmal die Dampf Glock an von außen und da steht ja unser Freund naja können wir leider nicht näher ran na die Action Cam ähm so dann machen wir das Fenster auf und zu gut jetzt schauen wir uns doch mal hier um ach ja so ähm hier ach so ähm ach so jetzt fahren wir vorwärts ja und hier ach so jetzt nein ich weiß nicht wie das war gerade ähm ich bin wieder auf den anderen Desktop gekommen und habe ein anderes Programm ausgewählt deswegen ach ich hab die Bremse noch drin so ja gut los geht's ja war das mhm 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 so oh hier drin stinkts so wir müssen hier irgendwas ankoppeln mal schauen Karte uiuiui ja da müssen wir zurück und das ankoppeln soweit ich weiß noch noch ja äh ja toll Action Cam leider nicht so jetzt müssen wir die Bremse betätigen ich hab dieses Spiel sch sch warum ist rot vielleicht müssen wir nur ein Stückchen fahren so 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 rot rot warum rot hallo hm ich hab keine Ahnung so mir doch egal jetzt geht's rückwärts boah ich weiß nicht wie das dann aussieht vielleicht werdet ihr dann schwarze Bildschirme haben oder so so Bremsen noch drin ah je 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 ich hab aber dieses Spiel gewählt da ist also jetzt nicht von der Textur ab also von der Textur abgesehen ziemlich viel Liebe zum Detail hat man kann bimmeln hupen jetzt grad nicht oh das war ein bisschen schnell ja aber Tutorial Kurs abgeschlossen obwohl rote Ampel war hm vielleicht hätte ich hier rückwärts und davor wie auch immer so jetzt wissen wir wie wir ein Fenster öffnen also das meine ich hier das hat ziemlich viel Liebe zum Detail hier bei allem was man drehen und schieben und stellen kann ähm ähm ja so ganz ach wenn man Leertaste drückt schütt der nach ja jetzt lassen wir ihn sich mal hin hocken ja bist geschafft ja 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 so fertig aus so ja also es hat ziemlich viel Liebe zum Detail nur bei der Grafik das ist halt ein altes Spiel ja aber jetzt gehen wir mal hier aus diesem Ding raus und England nein so suchen uns mal ein Magnus könnte man auch noch fahren aber jetzt fahren wir erstmal ICE bei Nacht wo war's oder Einführungsfahrt ja Einführungsfahrt kommt ganz easy peasy bleiben ja jetzt wieder der schöne Ladevorgang und die 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 angemessen planned mehr wenn die Kontrolle des Zuges beim Computer damit wir ihnen einige Dinge zeigen können corporations Simulationsmodus verfügbar, nicht aber im DCC-Modus. Wir möchten realitätsnahe Sessions erstellen. Dies ist nur im Simulationsmodus möglich, da hier genauere Berechnungen durchgeführt werden. Weiterhin haben wir einige neue Features an Bord, welche nur in diesem Modus funktionieren. Ah! Bevor wir weitermachen, einen kurzen Hinweis. Das HTML-Fenster, welches Sie im Vordergrund sehen können, enthält eine Kurzinformation über das hier verwendete Signalsystem, die KS-Signale. Sie können mittels der Drucktaste dies speichern und im Fotoeditor ausdrucken. Dadurch haben Sie dies bei weiteren Sessions direkt nicht wahr. Während Sie fahren, müssen Sie die Signalbilder und Ihre Zuhörungsgeschwindigkeit beachten. Wenn Ihre Geschwindigkeit zurück ist, hören Sie diesen Sound. Wenn Sie diesen Sound hören, haben Sie 10 Sekunden Zeit, Ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Ansonsten dürfen Sie diesen Sound. Ja. Der Computer übernimmt nun die Kontrolle und bremst Sie zum Stillstand. Danach können Sie wie gewohnt weiterfahren. Beim Überfahren eines roten Signals wird automatisch eine Zwangsbremsung ausgelöst. Überfahren Sie ein rotes Signal zum zweiten Mal, so wird die Session beendet. Die Kontrollen im Führerstand sind sehr leicht zu bedienen. Möchten Sie in dieser Session auch mit den erweiterten Signalaspekten vertraut machen. Es handelt sich hierbei um das KS-Signalsystem. Im Grunde kann es halt... Also, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass man da eine ganz detaillierte Beschreibung bekommt und zugelabert wird. Und... Das möchte ich euch ja nicht antun, dass man in diesem Let's Play zugelabert wird. Deswegen... Ja... Das ist jetzt total unerwartet gewesen. Aber wirklich... Das... Ja... Dann mache ich mal den Abend ICE. Da wird nichts gelabert. Den habe ich nämlich schon mal gespielt, das weiß ich. Ja... Ja... Guten Abend, guten Abend bringen Sie die letzten Passagiere nach Dresden. Ah... Die Opferzeit ist 1 Uhr 2. Aber ich finde, wo ist es 1 Uhr? Ja... Gut... Standard... Ja, toll... Ui, 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 ui... Ist das laut hier? Ja... Uh... Mal schauen... Was für Schalter gibt es denn hier? Schalter 1. Ach... Boah... Da verändert sich sehr viel, ja... Also... Das ist... So brauche ich ja fast nicht mehr zu machen, außer... Zack... Heller Schalter... Ja, können wir anmachen. Genau so ein Schalter... Boah... Und nochmal... Ui, 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 ui... Fahrshow... So... Fahrtrichtung... Vorwärts... Bremsen lösen... Okay... Ui... Ui... Sehr viel... Auch sehr viel... Cool... Wir können auch bimmeln... So... Jetzt gehen wir mal raus hier... Wir müssen ja noch auf... 1 Uhr 2 warten... Hier oben... Hier da so... Da... Nämlich nicht wie bei anderen Simulatoren... Das alles über die Tastatur geht... Ich kann natürlich auch mit der Tastatur... Hier... Ähm... Steuern... Aber... Das... Muss man nicht... Das finde ich gut... Sehr gut... Am Bahnzeig bitte einsteigen... Nun... Sie sind nötig... Vorsicht bei der Abbahn... Ja... Gut... So... Jetzt dürfen wir losfahren... Gehen wir mal Vollgas hier... Dürfen 65 fahren... Da vorne haben wir grün... Ja... Das... Der Stuck... Äh... Der Druck im Kessel steigt... Und steigt... Ich muss aufpassen... Sonst überhitze ich den Kessel... Und dann... Ähm... Macht's bumm...